So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Hard Gold, Naslog-Challenge-Show hier im letzten Part. Da hatten wir sehr, sehr viel Spaß bei diesem Pokéathlon-Sport-Event-whatever und haben zwei Medaillen gewonnen. Alle Pokémon haben mal mitgemacht. Schön. Und ich würde aber sagen, bevor wir das weitermachen, irgendwann anders mal, keine Ahnung, ich möchte nämlich jetzt auch noch das Käfer-Turnier natürlich genauso gerne machen, ne? Duda. Das Käfer-Turnier findet jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Ja, wie, was ein Glück, dass wir heute Donnerstag haben. Übrigens, zum Thema Käfer-Turnier, ich habe die Regeln ja im letzten Part erklärt. Ähm, wir dürfen einmal, das darf man aber natürlich nur einmal machen, weil sonst könnte man sich ja hier, äh, unendlich viele Pokémon fangen. Das würde irgendwie ein bisschen den Reiz verlieren, ne? Ne, ne, einmal nur natürlich, aber dann, wie ich bereits gesagt habe, so wie Jan und mein Sonnenkern, ich habe es genau gesehen. Einmal, ähm, ja, ganz normal beim Turnier mitmachen, man darf fangen, was man will. Das Letzte behalte ich, das gilt dann aber natürlich als Pokémon für den Nationalpark. Ist logisch. Du, Duda. Meine Mutter hat ein bisschen Angst vor Pokémon, lässt mich nicht mitten zu Hause bringen. Sie ist da sehr streng. Ja, wenn ich ein Pokémon in den PokéWalker übertrage, der, äh, keine Batterien mehr hat hier offensichtlich, ne? Ist immer in meiner Nähe. Also den, den ich ja mitgeliefert bekommen habe. Ich habe es ja gebraucht gekauft. Ist natürlich schön, wenn man sein Pokémon aus dem PokéWalker lassen und mit ihm spazieren gehen kann. Ja, dafür ist eigentlich hier der, dieser Park perfekt, möchte ich meinen. Was sagst du dazu? Hm. Oh, okay. Zieli lässt gerade einfach mal die Seele baumeln. Ja, so muss es auch sein im Park, ne? Und was sagt ihr anderen dazu? Zieli muss eigentlich immer noch vorne bleiben, weil sie noch ein paar Level aufzuholen hat. Füße dich auf wohl. Nee, nee. You will rennen und bittet dich schneller zu laufen. Okay, ich gehe ja schon. Aber ich kann doch mit dem Fahrrad fahren. Achso, nee, dann darfst du ja nicht mit. Dann darfst du ja nicht mit. Okay, you will rennen. Hat man, du bist doch eben schon genug gerannt. Jetzt hör mal her. Gehört, Entschuldigung, ich muss echt dieses, äh, Lehrergehabe loswerden. Ich bin sowas von ein Trainer. Ne Flinkklaue. Ja, schön. Das können wir doch direkt mal irgendjemandem geben. Ich weiß, wie es funktioniert. So, ähm. Flinkklaue. Wer ist denn Lahm? Eigentlich you. Dann tauschen wir das Item mal aus. You beträgt bereits den Seegesang. Item austauschen. Jo. So, und der Seegesang geht dann heute an. Zieli. Nehmen wir mal. So. Und bist du genug gerannt? Oh, scheinbar. Das ging recht schnell. Oh? You scheinbar in der Deckung gemacht zu haben. Wo? 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 Mülleimer. Nein. Verdammt. So, Billy Cut. Nobby, stopby, 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 stopby. Alles klar, so Billy Cut. Das, äh, sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz ähnlich. Habe ich auch schon mal gehört. Mh, du müsst immer noch das Habitag zurückbringen. Wuh? Huch, Alter, ich trägt irgendetwas mit sich herum. Gib mal her. Willst du eigentlich nehmen? Ja. Gib. 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 Hey, ne Orangenblume, Modokoff war schön. Ja, ne, wie Celi wollte es ja nicht hergeben damals, das Ding, glaube ich, was sie gefunden hat. Ich geh oft im Park von Spazieren, aber ich meinte das Hohe Gras, weil ich sonst kämpfen müsste. Ja, das ist ne kluge Entscheidung, ne? Wer möchte hier schon einfach ins Hohe Gras und dann kämpfen, wenn er nicht kämpfen möchte? Mein Gott, das wäre doch ein ewiger Komplott, der unverzeihlich ist. So, du da. Was willst du denn? Ich kann meinen zweiten Puck und Puck und Puck übertragen. Hm, ne, 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 ne. Ja, man sieht es doch, oder? Man sehe und staune. So, damit ihr mal fährst, dafür werden die auch nochmal durch den Park laufen ein bisschen. So, ich weiß ja nicht, ob das irgendwas bringt, aber die haben am Anfang gesagt, das bringt was, also mache ich es auch. Hm, yay. Wenn ihr letzt gerade einfach mal die Seele baumt, dann tut sie Celi gleich. Schön. So, blub, 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 blum. Da hinten möchte ich irgendwie hin. Na, da ist der Zaun ja geburt. Du da. Ich habe meine Faust entschlossen in den Pokéball geballt und bin damit durch den ganzen Tag gehetzt, um Watte zu sammeln. Und jetzt bin ich fix und fertig. Tja, das glaube ich dir. Huch, Kraxler? Ah, okay. Dann kriegen wir also, also auch hier gibt es wieder Kraxler. Oh Gott, warum? Was ist so eine unnötige VM? Eine Samtsglocke. Die könnten wir ja eisig geben, aber die bringt ihm leider im Kampf nichts, deswegen spare ich mir das mal. Unsere Pokémon mögen uns auch so schon genug. Beziehungsweise, wenn nicht, dann wird das mit der Zeit schon werden. Oh, ich, man merkt es vielleicht nicht sofort, aber mein Körper ist überall von dem Pokéball, gerade beladen, ja. Das ist so ziemlich klar, was die uns hier mit andrehen wollen, von wegen, ja, benutzt das Ding noch und hier kann ich ganz außen rum gehen. Nutzt mir das irgendwas? Irgendwo noch ein Item, was da? Nee, okay. Gut, wo ist denn die Anmeldung fürs Käfer-Turnier? Die war hier rechts, nicht wahr? Dum, 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 dum. Du da. Ihr da. Whatever. Käfer-Turnier. Warum ist es denn so leer? Heute ist doch Donnerstag. Hm, Moment. Äh. Kabel. Funktioniere. Das Käfer-Turnier findet jeden Tag, Donnerstag und Samstag statt. Jeden Teilnehmer in einem Preis, sondern noch nicht alles. Das Käfer-Turnier, was du fängst, kannst du ebenso behalten. Wieso darf ich dann jetzt nicht hier teilnehmen? Es ist Donnerstag. Es ist Donnerstag. Hä? What? Warum? Die hassen mich. Das ist doch nicht fair. Es ist Donnerstag. Was ist los hier? Ich möchte kämpfen. Also, Pokémon fangen. Hä? Ist mein TS vielleicht irgendwie falsch eingestellt, weil ich da mal irgendwie den Tag geändert habe? Wobei kann ich sein? Das ist mein Aufnahme-3DS. Da habe ich nichts drum umgefummelt. Hä? What? Warum? Ich gucke mal nach der Aufnahme. Kann ja irgendwie nicht sein. Dies kann ja irgendwie nicht sein. Nationalpark. Aber da möchte ich noch die Trainer bekämpfen. Die will nämlich, glaube ich, rumhängen. So, damit ich aber auch nichts anderes finde. Weil ich möchte mal... Das möchte ich ja für das Käfer-Turnier aufsparen. Goldset-Schutz ein. Nein. Okay, das... Das muss ich jetzt nicht verstehen. Du da. Was willst du, Mann? Ach, verdammt. Das zähle ich nicht draußen. Pokémon sind fast ohne Boden. Es gibt auch viel, was wir nicht wissen. Aber ich weiß immer noch mehr über sie als du. Das ist klar. Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Nur wo du ein Streber bist, heißt das nicht, dass du Ahnung hast, was mit deinem Pikachu passiert. Achso, du bist sogar ein Schulkind. Ist ja noch schlimmer hier. Ja, Pflanze gegen Pflanze. Problem ist... Also, dein Problem ist, dass ich Attacken beherrsche. Die Pflanze, Pokémon, noch Schaden zu fügen, wie zum Beispiel die Kopfnuss. Bäm. Schön. Säure. Oh, das ist natürlich ein Problem, dass du sehr effektiv gegen mich bist. Aber das ist, wenn ihr relativ egal, wie man gerade sieht. Bäm. Headnut. Zack. Und wurde besiegt. Es gibt ein paar Erfahrungspunkte. Schön. Ein Voltobal. Ein Voltobal. Jetzt hört er mir ein Voltobal hingegen. Was willst du denn damit? Oh, mich Ultraschallen zum Beispiel. Ne, das muss aber nicht sein. Das muss nun echt nicht sein. Kugelsaat. Bäm. 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 Voll aufs Auge. Oh, das ist fast genauso hoch wie Venni. Mach bitte ein paar Volltreffer und fünf Treffer. Dankeschön. Mehr als wenn. Aber wir wissen ja, Venni hat ja schon bewiesen, dass sie irgendwie jetzt häufiger als zweimal angreifen möchte in letzter Zeit. Also, why not? Hm. Ich glaube, ich werde mal zu Celi wechseln, falls eine Finale kommt. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht. Ich kann es mir einfach nicht merken, wann die das lernen. Dann, der Funken-Sprung. Das ist aber auch nicht besser jetzt. Stop it. Alter Schwede. Okay. Und wechseln auf Isaac. Mensch, das wird wieder schon geteilte Erfahrungspunkte. Diesmal nicht von irgendwelchen anderen Pokémon, sondern von Voltoball. Sag mal. Kannst du bitte aufhören, mich zu predikten? Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Bitte bring es einfach um. Gut. Der Walz hätte ihn jetzt trotzdem noch nicht gekillt, aber... Ne, ne, ne. Dein Voltoball hat ganz schön Stress gemacht. Musste das jetzt sein? Mensch. Ich war gerade so gut drin. Dium. Dium. Seelrechte Blacht 10. Ja, nice. W-w-was? Watt ist ab? Tja. Ich hab dich platt gemacht. Dat ist ab. Du scheinst gewaltig viel Ahnung von Pokémon zu haben. Du gefällst mir. Sollen wir die Tipps austauschen? Ja, hier. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ich hab Milliarden von Trainern hier schon drin. Ich rufe dich an, sobald ich etwas Interessantes höre. Tue das. Wie du magst. Okay, ich hab... Keine super... Trink doch. Wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Das kann doch wohl... Das geht doch nicht. Trotzdem, das mit dem Donnerstag, das verwirrt mich extrem. So, Celie einmal nach oben. So. Fanny und Celie müssen ja auch noch auf Level 19 aufsteigen. Stimmt's? Damit ist Springbrunnen, scheint Celie sehr zu gefallen. Ja, warum auch nicht. Springbrunnen sind ja auch wirklich schön anzugucken. Du da. Mein süßes Pokémon ist das Erzückendste von allen. Sieh, der wie stolz es mich macht. Ja, ich glaub dir, dass es dich stolz macht. Aber das wird uns leider nicht davon abhalten, dass du besiegen. Oh, du hast ein Mobile-Püppchen. Wie süß. Ja, soviel zum Thema Celie. Und wieder zurück. Das kannst du dir immer noch nicht besiegen. Oder irgendwas mittlerweile gelernt, was ich nicht auf dem Schirm habe. Nope. Alles klar. Dann. Juh. Kümmer dich um dieses Snubbull, was ja angeblich von allen Frauen geliebt wird. Aber das habe ich ja schon so oft angesprochen jetzt. Seit wir es in Pokémon Y in dem LP gefangen haben und den Pokédex-Eintrag vorgelesen haben und doch uns sehr gewundert haben, wie oft möchte ich noch haben in diesem Satz sagen. Haben, 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 haben. So. Genau. Gute Satzstruktur. Am besten fange ich doch gleich jeden Satz gleich an. Und das wäre dann überhaupt nicht nervig. Und außerdem setze ich jetzt Donnerschock ein. Und außerdem wird das den Gegner umbringen. Und zudem, äh, erhalten wir deutlich Erfahrungspunkte. Und ein Level-Up vielleicht. Mhm. Merkst du was? Genau. So sollte man nicht schreiben. Und sprechen auch nicht. Generell. Keine gute Satzstruktur. Nee, 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 nee. Und die Flinkklaue aktiviert sich. Bom. Donnerschock. Äh, aber zum Thema Level-Up. Nein, das wird nicht reichen für ein Level-Up. Aber. Es wird auf jeden Fall gut auf die Hälfte füllen. Genau. Im Kampf bin ich ein Verlierer. Aber in Sachen Stolz bin ich unschlagbar. Ihr seid doch nicht so hart zu dir. Ich bin ein Verlierer. Hm, okay, okay. Ist ja gut. Dein Pokémon-Team ist unglaublich niedlich. Ihr könnt zerschmelzen. Ich sehe, du liebst Pokémon genauso wie ich. Weißt du was? Gib mir doch deine Nummer. Okay. Bitteschön. Dum, dum, dum. Bitteschön. Yeah, ich habe lauter Leute in meinem Handy, die ich nicht kenne. Die ich einherziges Mal gesehen habe. Mensch, das war doch bloß Spaß. Du bist doch viel niedlicher. Sag tatsächlich gut ruhen. Wer ist das? Keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Oh, ein schöner Brunnen hier. Ein paar einzelnen Puken und Pukenwoll übertragen. Achso, das ist... Da sind wir ja schon lang gelaufen. Stimmt. So, und darum auch noch Trainer. Jup. Du da. Tudum. Hm, was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Kampf? Na Mensch, ein Kampf und Nebel gleichzeitig. Ist dies überhaupt möglich in der Natur? Hä? Was? Wie? Nebel? Keine Ahnung. Myrapla wird auf jeden Fall jetzt ins Rennen geschickt. Gut. Gar kein Problem. Den Celi setzt den Nachtnebel ein. So, jetzt aber. Kann sich auch gleich mal wieder schön aufräumen. Das dauert aber noch eine ganze Weile, bis Celi ein Alpollo wird. Level 25. Ich hoffe ja vor allem, dass es so weit kommen wird, weil... Ein bisschen Angst habe ich ja schon, muss ich sagen. Und reicht das? War ungefähr die Hälfte. Ja. Sehr gut. Wahrscheinlich war es sogar genau die Hälfte. Oh, Tragosso, Tragosso. Was ein cooles Pokémon. Wenn wir einen Tragosso fangen, würde ich es natürlich auch gerne irgendwie mit ins Team. Aber wie gesagt, wir schauen mal, wie wir das machen. Und vielleicht wechsle ich auch einfach mal das Team komplett aus, sobald es nach Kanto geht. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Verteidigung von Celi singen. Nachtnebel! Und gleich noch eine Nachtnebel wird das Tragosso besiegen. Bisher läuft ja alles noch ziemlich gut. Aber das ist bei Jan ja ebenfalls der Fall. Also bei Jan... Ich habe es im ersten Fall schon gesagt, Jan spielt ja derzeit... Also Jesse66 spielt ja aktuell auch eine Gold-Naslog. Allerdings nicht Hardgold, sondern das ganz klassische Gold. Und ich glaube, bei ihm ist bisher auch noch nichts gestorben. Oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist... Ja, läuft gut. Willst du offen mit nicht mehr, aber mich wissen... Nee. Aber danke! Dankeschön für Stalking. Die Nummer wurde registriert. Aber jetzt können keine falsche Scheu mehr. Du kannst mich jederzeit anrufen. Ich werde das niemals tun, aber... Trotzdem danke, dass du dir Hoffnung machst oder so. Danke, dass du dir Hoffnung... Ach, keine Ahnung. You know what I mean. Beutel. Genau das meine ich. Ich meine Beutel. Und Schutz. Und ich möchte die Trainer darum herausfordern. Duda! Erzähl mir was Neues. Irgendwas Spannendes. Nee, wir wundern unsere Pokémon. Ich hoffe, wenn sie uns nicht mögen. Das macht einen wahren Poké-Fan aus. Ähm, dann würde ich mir Gedanken machen, wenn deine Pokémon dich nicht mögen. Ich weiß ja nicht, wie du sie behandelst. Raichu! Oh! 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 Okay, es ist edel. So, das wird er wahrscheinlich, ja, nicht die Hälfte abziehen. Auf gar keinen Fall. Okay, das kannst du ruhig machen. Damit habe ich gar kein Problem. Er wird zum Glück schneller als du. Oh, das wird aber ein mächtiges Level abgeben. Okay, dann hat er jetzt seine Chance verspielt. Wann Rukzu-Keep wird die nichts bringen. Ich bin ein Geist. Wahrscheinlich greift er eh mit Donner-Schock an. Nium. Bam. Guckt das euch an. Wie es schreit. Und, jup, das war ein dickes Level ab. Und normal wird es fast zur Hälfte bestimmt. Ungefähr ein Drittel wird es bestimmt noch auffüllen. Ich sehe, ich versuche Konfu-Strahl zu erlernen. Mensch. Hm. An sich brauche ich den Horrorblick gar nicht mehr. Es ist nicht mehr. Ich brauche den Horrorblick nicht, weil ich ja hier keine Pokémon so fangen werde. Eins, zwei und schwupp. Vergessen und lernt die den Konfu-Strahl. Ja, sogar fast die Hälfte. Mein Pokémon. Äh, es wurde gerade besiegt. Vollkommen korrekt. Ich wollte dir den Satz nochmal vervollständigen, da du scheinbar sämtliche Worte verlernt hast, die dafür nötig gewesen wären, einen ordentlichen Satz zu bilden. So, was machen wir hier? Wir können uns auf diese Route... Das war doch die Mogelbaum-Route, oder? Warte mal, du siehst aus wie ein Psycho. Da werde ich bestimmt nicht Zeli vorne lassen. Aber wenn ich möchte mal wieder kämpfen. Aber wenn ich möchte vor allem erstmal geheilt werden. Okay, jetzt habe ich definitiv keine Vertränke mehr. Hoppala, da muss ich doch demnächst nochmal einkaufen gehen. Und es klingelt an der Tür. Sekunde. So, und weiter geht's. Ähm, was war ich gerade? Ich habe Wendys KP aufgefüllt und den nach vorne gepackt, oder? Für den Trainer, da steht genau, genau. Und, äh, sie wird sich jetzt noch... Irgendwie hat sich gerade angerufen. Verdammt, ich hab sie gesehen. Wahrscheinlich wäre ich sowieso nicht dran gegangen. Aha. Mal sehen, ob ich deine Gedanken erraten kann. Ja, wenn du jetzt errätst, dass ich dich besiegen werde, dann hast du richtig gelegen. Haha. Okay, alles klar. Zeig mir deine Pokémon. Schick doch Abram in den Kampf. Ist das so eine schön niedrige... Haha. Och, och, och. Hat so eine schön niedrige, äh, Verteidigung. Dass es mit dem Kopfhörs-Wahrscheinlich-Dreck-One-Hit ist. Bam. Venni, hau es um. Jupp. Wie schon. Heh. Wie vorausgesagt. Nichts, was überrascht. Drrrrm. Ich muss mal nachgucken. Ich weiß gar nicht, wann Venni sich zu Kapunga entwickelt. 32? 30 oder so kann das sein? Insofern ist das ein Kadabra. Das ist schon ein etwas größeres Kaliber. Aber auch das hat eine schlechte Verteidigung. Aber es ist schneller. Aber gut, unsere Venni ist ja leider nicht sonderlich schnell. An sich schon. Also, Papunga ist ein schnelles Pokémon. Problem ist nur... Mhm. Das Wesen ist nicht sonderlich praktisch. Für das, was wir vorhaben. Ähm. Du hattest die höchste Spezialverteidigung schon, ne? Ju ist aber auch nicht schlecht. Und Ju hat wesentlich mehr KP als du. Ähm. Da bin ich nämlich doch jetzt etwas... Ach. Sie schafft das schon. Lalalalalalalala. Und Bäm. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch ein Kadabra, weil das wäre etwas... Äh. Ja. Das muss nicht unbedingt sein. Aber er hatte drei Pokémon, glaube ich, oder? Wow. Yay. Level up für Venni. Schön. Level 19. Wenigstens steigt die Ine trotzdem um zwei. Und so langsam ist es gar nicht mehr. Merke ich gerade. Ich muss gleich mal die Ine mit den anderen Pokémon, die wir haben, vergleichen. Noch ein Abra. Ja. Siehste mal. Das ist gar kein Problem. Kannst du dir schon... Du kannst schon trotzdem nur Konfusion, ne? So. Und ein Tafelwasser werde ich jetzt trotzdem mal benutzen, um Venni wieder aufzufrischen. Wir wollen ja nichts riskieren hier, nicht wahr? Jum, 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 jum. Oh, yeah. Da steigen die KP wieder ins Unermessliche. Und Abra setzt Blitz ein. Uppl. Don't do this. Das ist echt nicht cool. Kopfnuss und ich will One-Hit-K-O'n. Und die KP sinken und sinken und Abra wurde besiegt. Schön. Und Venni halt wieder Punkte. Spieler besiegt Psycho-Jag-Quest. Nein, Fehlanzeige. Okay, ja. Ich sag doch, wenn du es... Es hat dir was erspart. Okay, meine Mama hat mich angerufen. Mutter, was gibt's? Hallo, Gold, wie geht's? Ich hab dir bei Eck auf deinem Nütziges-Item... Ja, ja. Der Lieferanten. Okay, bin ich mal gespannt. Vielleicht kaufe ich mir jetzt mal was Sinnvolles. Wie gesagt, ich hab ja von euch erfahren, die kann richtig coole Items einkaufen, ne? So, hier. Ja, schon okay. Route 36. Da dürfen wir noch ein Pokémon fangen. Ich nehme aber nicht das... Verdammt. Nicht das Gras, wollte ich gerade sagen. Und ich nehme auch nicht das Mogelbaum. Ich nehme wieder die Bäume, weil ich auf einen Tanzer bestehe. Ich will Tanzer haben. Immer nur Tanzer. Warum erfüllt mich nicht einfach jemand diesen Wunsch? Tangela. Oh. Damit werden die Probleme bekommen. Nicht, weil es unglaublich mächtig ist, sage ich mal. Aber es ist ziemlich stark in seiner Verteidigung. Deswegen werde ich auch mit Giftpuder attackieren. Und es ist vergiftet. Tangela wurde vergiftet. Äh, ja. Okay. Thanks. Danke. Ich hab verstanden. Du kannst auch ganz tolle Sachen machen. Musste jetzt aber nicht unbedingt sein. Ich glaube, ich wechsle lieber zu Celi. Ist mir sicherer. Da resistent gegenüber den Angriffen von Tangela. Beziehungsweise sogar immun teilweise. Je nachdem, was es macht. Oh, Wachstum. Es setzt auf Wachstum. Spezialangriff steigt. Ich tue das. Oh, hier steigt jetzt doch nicht den Angriff mit. Okay, okay. Aber ich werde Nachtnebel benutzen. Das wird auch jede Menge Erfahrungspunkte bringen, denke ich mal ganz stark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Glück, dass das nicht getroffen hat. Das musst du nicht sein hier. Nee, lass das. Nachtnebel. Wusch. Und Tschüssikowski-Tangela. Tangela wurde besiegt. Wenn ihr hält, Punkte Level 20. Nice one. Vielleicht auch? Nee. Na gut, nee. Nee, nee, nee. Das ist mittlerweile nicht mehr so viel. Also schon noch viel, aber nicht mehr so viel, wie es mal war. Hoppla. Ja, lass deine Stifte doch nicht fallen. Sammle die mal einmal. Ich laufe immer der Nadel tief in den Schulbuch herum. Habe ich nicht schon ein Schulkit in meinem Handy? Ich dachte, jede Klasse nur einmal, aber da habe ich mich schon mal gehört. Bitte schön, gib das her. Sachte er. Jetzt, ne. Ich rufe an, wenn ich etwas für dich habe. Du kannst auf mich zählen. Oh. Warte, das war doch gerade ein Tanzer, der, ein Tanzerruf. Was? Achso, Gift. Stimmt, da war was. Das sollte ich gegebenenfalls heilen. Ich sage nicht, ich habe kein Gegengift. Doch, da oben war. Ich, ich, ich dachte schon. Für einen kurzen Moment war ich schockiert. Didi, 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 didi. Weil ich so schockiert war, packen wir jetzt Yuma wieder nach vorne. So, guck mal. Jetzt ist man hier auf so einem Level stärksten Pokémon aufgestiegen in diesem Part. Meist, warum nicht? Wie geht's? Hm? Ha? Es freut sich einfach nur. Yuma sieht sich verwundert im Waldesinnere um. Schön. So, da ist das, äh, der Baum. Äh, 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 wie gesagt, nein. Aber Leute, ich werde erstmal jetzt gucken, was ist mit diesem Donners, warum das nicht geklappt hat, das Käfer-Turnier, wo wir heute Donnerstag haben. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Bis dahin. Tschau. Tschau.